hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge den beiden ich mache heute dinge und zwar und wir gehen zu zum lämpchen würde ich sagen war wegen zum lämpchen ja 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 habe ich schon mega satan mega sah dann habe ich schon eine sache da ich mal der stunden glas hier wohl ist das finde ich da muss ich sagen das liebe ich ein bisschen an dem kippe wiener kippe also vergonnen dass er halt hier so schwingt das ja eins auch wo der war davon möchte ich nicht 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 weiter so wird es auch so gerade kaputt so ja okay so mal gucken ist hier was nichts besönnes noch nicht so dann machen wir mal sauber hier spiel ein bisschen baseball easy win und wir können ein bisschen ja wollen wir mal ein bisschen hier so mehr nicht man muss ja nicht übertreiben aber dann haben wir schon mal ein startkapital womit wir vielleicht später noch was anfangen können und der schmeckt nicht so gut was soll das lasse ich den zu lang zu lange ziehen großartig großartig zack jo Jojo so 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 mir 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 gut 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 das geld liegt auf der straße nicht das ist mies oh gott oh gott warte mal mega satan ja ich glaube ich nehme doch keine devil deals mit ich glaube ich hatte es letztlich bin mir nicht sicher aber ich meine das mit mit forgotten dass da die devil deals ist also brimstone gefiel mir damals nicht das war einfach war nicht meins joker vorsicht wird wird sie gut weg jetzt die nase perfekt ja 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 auch mal hier nicht eine auf dicke hose näher ich gehe doch doch ich gehe ich gehe ich gehe in die ich gehe in die devil deals ja doch vielleicht haben wir ja die möglichkeit gabi zu werden und deswegen fantastisch so genau deswegen nehmen wir auch die die karte mit lassen joker erstmal liegen genau machen erst mal den hier ach so das war jetzt auch ich würde die pillen gerne benutzen aber genau deswegen wollte ich nicht ach so rein ist egal voll hell ja das ist ja süß naja wir sind auf zwei das ist okay so ich habe eine nachricht moment kurz päuschen so bin wieder da jetzt jetzt ist jetzt müsste ich wieder da sein ich danke für die geduld ich dachte es wäre eine wichtige nachricht weil ich warte auf eine nachricht aber es war werbung das liebe ich vorsichtig gefährlich sind sie gefährlich so ja stimmt ja ich überlege gerade aufgrund von von curse of the blind ich hoffe ich kriege den devil deal nicht das klingt doof habe ich gar kein turn drauf was bist du denn das ist jetzt bitter wie natur sekt ja doch eigentlich schon mit dem coupon devil deal natürlich ist es jetzt nicht schlimm wenn ich kein devil deal bekommen genau schicken genau ja gut 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 hey mach das noch einmal danke so ein rottenhard da wiese brüder warum hast du mich ja 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 auch nicht weg das ist doch weg komm schon komm schon yes hey das ist gut nice dankeschön oh ich bin gespannt HO 죄in mit moritz das ist auch curse of the lost ja mein das ist okay das z霍 geht wohl nicht gut dass das zwar mies ich weiß es nicht was ich haben möchte ach sehr gut herz kommt meine also wir sind immer nur für einen raum da ist ja boring was passiert in der es geht hier nichts ob ich jetzt ehrlich kannst du das mit ich wollte ich gar nicht greift an meine kleinen so einmal gab es pro mitnehmen so gut gut ist ein bisschen doof mit mit dingen ich kann nicht mehr richtig reden geburtsrecht hätte ich gerne dankeschön robo ding ja man muss ja sagen es ist stark so ich war nicht im shop glaube ich ich erinnere mich nicht genau hier unten war ich genau da war das sondern gehen wir mal hier rüber genau hier unten konnte man glaube ich noch jawohl also dass dies so war ich im hmm und Schilligoll Ich kann ja mal, wie viel waren da? 1, 2, alle 1, 2, ne? Ist mir zu wenig. Ja. 2 nur. Egal, ich kriege auch das Lämpchen so fertig. Ja, 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 ja. Selbst schuld. Wenn du den ganzen Tag Putty machen musst, ey. Ja, ja. Nehmen wir. Nehmen wir. Gut, Boss Wasch habe ich auch schon. Jobbiger Lobby. So. Ne, wir wollen uns ja nicht zu lange mit irgendwelchen Müll hier aufhalten. Äh. Jo, jo. Wo? Wie? Was? Hier links? Ne. Okay. Ist ja gar nicht anstrengend. Äh. Lohnt sich nicht. Jo, jo, jo. Ich weiß nicht, was eine geile Synergy mit Brimstone wäre. Also mit diesem cool Willi Ding. Wir gehen jetzt mal hier. So. Was gibt's hier? Cool. Easy. Wupp. Und hab. Und hab. Oh, ja. Nehmen wir mit. schick erst boonwender cool fragen überfragen okay hier oben vielleicht nein sag mal lebensmüde isaac mehr damage obwohl mein damage ist gut so das haben wir da nimm mit 5 und 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 gut hätte ja sein können nö schwing was aber wie viel halten die aus die doof und 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 nice ich kann meine fliegen armee heranzüchten zu züchten was waren das schüchten ja 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 ich war gott sei dank du geliebter shop zack 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 ja gib mir das alles nimm das hier nur mit und der rest wandert in die automaten rein sehr gut und dann und dann weiß ja oder die ich so wofür könnte er als die kürtum sein hier links maybe ok hä gehst du wohl sehr gut dann gehen wir mal hier lang hier kann es nicht sein hier links ok unten nein hier oben nein dann weiß ich es nicht ok ne da habe ich auch keine lust zu suchen man ey ja dann wollen wir mal wollen wir mal mhm dann wollen wir mal ja ah ah yeah ahhh nhân ahhh laser gut laser bond Maybe Hmm danke sache pin oh my god sag mal sind hier vielleicht irgendwo noch gefärbte steine ich kann wohl noch ein zwei so lacht gebrauchen aber natürlich nur wenn ihr wollt wie wurde ich davon nicht getroffen naja cool ok ja na das ist jetzt aber das ist ja wohl schlechter witz hier ich sag nichts eins oder zwei gab es schon auf ja gut gab es was ich gerne gehabt hätte wäre augen im kopf hätte ich gerne ja ich mache jetzt mal hier euch mal jetzt erstmal weg mal hier sehr gut haben wir hier noch ein herzchen für mich liegen nein ok dann geht es weiter den den die in die ich brauche einen zuckerersatzstoff retreat so 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 wow du okay mal gucken augen auf ich sehe nicht haben wir hier ich muss es machen ich sehe es nicht aber anscheinend nicht gut und auch ein bisschen doof vielleicht ist es ja richtig dumm wenn die dann stehen bleiben wo haben wir hier aber wir haben hier mehr okay eine batterie mit gar nichts noch mal eine joker karte schön wir machen wir hier versteckt sich da was uli uli aua aua und nein was mache ich denn jetzt ich muss doch sol hat sol okay okay ist alles cool moment mal ist da vielleicht ein nee also ich kann ja auch so geil und ich so 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 hmm 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 Wenn es hier so weiter geht, ne? Ich kann doch nicht, ganz nichts, nicht eine, nirgends, das ist doch nicht möglich, ich will doch nur ein Soul Heart. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Das bringt mir rein gar nichts, ne? Ja, das warst du halt ab dumm, was ich gerade gemacht habe. Ich bin ein bisschen traurig. Ich dachte, ich krieg mir nichts, doch irgendwas hier. Nein. So, das ist, ja. Ne, ist nicht, äh, ist nicht vorgesehen, ne? Ich merke das wohl. Nichts mit, äh, Soul Heart. Und, no? Oh. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Mein Löwe, mein Bär, Alter. So. So. So wird das hier geregelt. Ich gehe wieder, habe Angst. Pass auf, da ist jetzt hier der, nicht. Oh. So, jetzt ist hier die Frage, ne? Hä? Was wartet auf uns in den nächsten Ebene? Sunbrand, Tulbrae, Aua. So. Hallo. 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 Alles Müll. Tschüss. Okay, let's go. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber so ein, äh, würde Blackard, also gegen das Blackard hätte ich nichts einzuwenden. Gut. Gut, 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 und nicht so. Ah. So Spoon Benerino wäre auch cool. Hä? Ja, ne mit, bräuchte ich zwar nicht, aber. Nein? Okay. Ah, uh, ah, ah. Huh. Huh. Yeah, ah, ah. Huh. Huh. mit schwere krise gehabt herzinfarkt vorbereitet komm cool 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 dankeschön ja ich trägst dich aus sie ja 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 ich trau mich noch nicht so ganz komm schon ist nicht das also du hättest ruhig ein bisschen mehr ach ja stimmt ich kann ja mich heilen indem ich so mache so sehr gut es geht weiter weiter pew 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 nein ihop angst im offenet in it so Ah, nein, oh Gott, 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 oh Gott. Ach du heiliges Kanonenrohr. Machst du nichts, ne? Bist zwar so langsam, aber dafür, ich könnte es riskieren. Ich könnte jetzt richtig krass hier Dinge riskieren. Soll ich es tun? Schwierig. Das bringt mir gar nichts. Oh, das wollte ich, ne? Egal. Ähm. Boah. Boah. Ähm. Wo, wo ist denn das noch gewesen? Ja. Also entweder nehme ich oder ich nehme. Aber ich könnte natürlich... Und du machst den, ne? Gut. Attacke, wir schaffen das. Yo, wir schaffen das. Buggy und Mixi. Puddle und... Bob. Repo. Das machen sie gut. Lauf. Ich hab's geschafft. Ich sage, danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Und dann sage ich, reingehauen und ciao, ciao.